RFT ist das erste unternehmergeführte mittelständische Unternehmen, das mit den hochmodernen und zukunftsorientierten Glasfasernetzen FTTB zum innovativsten Kabelnetzbetreiber Deutschlands aufgestiegen ist. Die von der RFT verwendeten rückkanalfähigen BK-Netze sind Kommunikationsspitzentechnologie in Deutschland. Mit 40 Mitarbeitern hat RFT in 18 Städten, Gemeinden und Ortsteilen hochmoderne, zukunftsorientierte Kommunikationsinfrastrukturen geschaffen und setzt diese Aktivitäten zielgerichtet fort. Der Erfolg der RFT-Kabel liegt in der Entwicklung des technologischen Vorlaufs gegenüber allen übrigen Telekommunikationsgesellschaften und den daraus resultierenden exzellenten wirtschaftlichen Ergebnissen. Die Umsatzzahlen der letzten fünf Jahre stiegen um rund 45 Prozent. Die RFT-Kabel, die 1994 im Rahmen eines MBO durch Dr. Klaus-Peter Thiemann von der Treuhandanstalt erworben wurde, war die wirtschaftliche Grundlage für die Firmendiversifizierung. Die innig verzahnte Firmenkonstruktion des Gesellschafts Thiemann realisiert große Synergien. 1994 hat Dr. Thiemann gegenüber der THA eine Garantie für 40 Arbeitsplätze im Zeitraum von fünf Jahren abgegeben. Heute sind in den vier Firmen 130 Mitarbeiter mit elf Auszubildenden beschäftigt. Das entspricht einer Mitarbeiterentwicklung von 325 Prozent. Neben einem umfangreichen Engagement in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen ist das Unternehmen Mitinitiator und großer Unterstützer bei der Restaurierung und Aufstellung der weltbekannten Bernini-Tritonen-Gruppe in Brandenburg an der Havel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017